hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten folge call of duty wankers mit ango ich mal sagen gucken wir mal das noch mal weiter machen es Das ist die Sequenz, das muss ich mir noch einmal angucken. So, dann schauen wir mal kurz, dass wir alle Munitionspunkte abgelaufen haben. Mein Munition ist, finde ich, ein bisschen mager. Okay. 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 Oh, eine Munitionskiste. Gott sei Dank. Okay. 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 Mal gucken, was das für Waffe gibt. Okay. 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 Ne, ne. Okay. cực'n. Okay. Wir hätten dich fast durchlöchert. Schön euch zu sehen. Wie ist die Lage? Der Käpt'n hat es nicht geschafft. Wir sind allein. Wir sollten uns verschanzen und auf den Rest der 6. Division warten. Wir müssen die Artillerie bis zum Morgengrauen ausschalten. Äh, da ist jetzt wieder die Tonfrequenz vom Video am Spiel. Das ist ja leise. Herr Streut, wir pissen doch gegen den Wind. Du weißt, was auf dem Spiel steht. Und ihr auch. Das ist Wahnsinn. Hey, was bleibt uns denn noch? Ich bin ganz bei Arthur. Beenden wir die Mission. Was hättet ihr an seiner Stelle getan? Alles klar, Kingsley. Du hast wohl das Kommando. Kasematten und zwei Halla. Schreibt es mir in die Kommentare, dann kann ich mit euch ein bisschen interagieren, beziehungsweise eure Meinungen mal dazu erfahren. Wir sollten los. Wie lautet der Plan, Kingsley? Machen wir einen Weg frei. Wir haben den Sarge gehört. Weg mit den Trümmern. Ich glaube, ich glaube, ich habe noch Munition. Weil Munition ja nicht schlecht. Gut, dann geht's dann weiter. Ah, ist Munition. Gott sei Dank. Die Operation war von Anfang an am Arsch. Hey, der Sarge ist gerade rechtzeitig gekommen. Man hat den Hintern gerettet. Viel hätte nicht gefehlt. Reim ist Glück. Hier soll's weg sein. Diese Lichter an der Klippe. Das ist die Küstenverteidigung. Scheiße. Die Brücke wird gut bewacht und das Ufer ist zu steil. Dann müssen wir die Brücke sichern. Das ist unsere einzige Chance. Wie du meinst, Boss. Unten bleibt. Wartet auf den Laster. Das ist die Gelegenheit. Seid still und rückt nach vor. Mehrere Ziele. Wir müssen wählen, Sarge. Ideen, Sarge. Feuert auf den Laster. Feuer! Feuer! Sie ziehen sich zurück! Nachrücken! Alter nach vorne! Ich werde dich! Na, dann gucken wir mal was jetzt. Okay, das war gerade creepy. Ich glaube, ich bin draufgegangen. Aber ja. Egal. Nächste Runde. Geht auf den Halbkettenfahrzeugen. Reicht euch auf. Sucht einen anderen Weg. Aufs Halbkettenfahrzeugen. Geht feuern. Auf den Schuss. So ging schnell. Gebt die Decke auf. Feuert auf die Treppe. Boah, da die Bind. Okay. Geht auf den Schuss! Geht auf den Schuss! Lufthole, dann ist er wieder in Gang. ausbrechen warum kann ich die jetzt nicht aufbrechen? kann mir das einer beantworten? ich habe die falsche Taste gewählt egal so schon wieder? ok immer im der Sequenz ok Feuer auf die Tür Feuer auf die Treppe oh mein Gott Was ist das? Was ist das? Das NG reißt dir alles in Stücke. Aufs Halbkettenfahrzeug NG feuern! Auf den Schützen! Aufs Halbkettenfahrzeug NG feuern! So, dann kommen wir mal hier noch mal. Hm? Find activity! Score! Wait for me, go! Get out! gemacht! Okay! Hop! Her says die! Come Get out of the form! Was ist das? Los, vorwärts! Nehmt die Brücke ein! Weiter geht's. Wollen wir zu uns sammeln? Nachladen beide Waffen. Der Turm! Feuert auf das MG! Fertig! 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 MG! Denkungsus! Fertig! Infatrie auf offenen Fällen! Fertig! Okay. komm Der Turm, feuert auf das MG. Wir brauchen eine Granate für das MG. Wir sind zum Beispiel. Versuch du es nicht. Wir brauchen eine Granate für das MG. Aber ich würde sagen, dadurch, dass es jetzt gerade so eine schöne Pause da gibt, starten wir mal die nächste Sequenz, beziehungsweise die Video-Frequenz. Dann warten wir noch ab. Wir warten die Video-Frequenz ab und dann verabschiede ich mich. Ich denke, tief im Inneren verstand er das und erkannte, dass wir aus demselben Holz geschnitzt waren. So, aber ich würde sagen, das sehen wir beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.